. 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 Aber die Flagge von Mallorca kommt ja mal richtig böse. . . . . . . . Nein, denn Mecklenburg-Vorpommern existiert immer noch nicht. Im Mittelalter war Mallorca ein bedeutendes Handelszentrum im Mittelmeerraum. Im Laufe der Geschichte wechselte die Insel mehrmals zwischen muslimischer und christlicher Herrschaft. Im 18. Jahrhundert wurde Mallorca Teil des Königreichs Spanien. Im 20. Jahrhundert entwickelte sich die Insel zu einem beliebten Touristenziel, was einen starken wirtschaftlichen Aufschwung mit sich brachte. Und heute ist alles voller Sauftouristen, die mittlerweile sogar vermehrt am Strand pennen. Die Malle-Saison startet ja bald wieder. Also jetzt mal ernsthaft, benehmt euch, wenn ihr da seid. Liken und abonnieren nicht vergessen.